ein wunderschönen guten tag youtube schön dass ihr wieder zu dem frontline news eingeschaltet hat mein name ist wie immer oder wie immer noch hochrotz und ich werde wie immer dieses video für euch kommentieren so erste news ja seit gestern den 28 8 oder eher gesagt seit den 27 8 so gegen abends oder so kamen die ersten deutschen server online und seit den 28 8 also seit gestern sind die server verdoppelt ja also es sind ja 32 deutsche server gewesen und gegen abends glaube ich kam so oder heute morgen das habe ich jetzt nicht so richtig mitbekommen jeden fall die französischen server sind jetzt da also steht jeden fall in dieser server list dass es paris ist aber wir sind trotzdem in deutschland ja und seit heute abend den 29 8 sollen es eigentlich jetzt auch brasilianische server geben ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt es ging jetzt nur nach den informationen die bekommen und dann kommen wir jetzt zu den nächsten thema und zwar die kommenden änderungen die kommenden änderungen für die open beta ja ich tue euch mal hier den screenshot rein ist ist zwar jetzt auch schon inzwischen in den live netzwerk discord server da released wurden aber das hier kam als vorher von den spanischen so gegen 14 uhr oder so kam das halt schon auf den spanischen und auf dem live netzwerk glaube ich recht spät aber da ich das video heute abend erst aufnehmen also den zwei erst so gegen halb halb elf ja so 22 30 haben wir jetzt glaube ich sind natürlich die news auf wie weit jetzt auch da in jedem fall ich hab das hier noch auf spanisch und zwar hier wie wir sehen einmal die open beta kommenden änderungen freunde hinzufügen und deinen ja deinem server beitreten also sagen wir einfach übersetzt es ist jetzt möglich freunde zu adden und denen also jetzt nicht jetzt versprochen aber es soll halt in den kommenden updates möglich sein freunden hinzuzufügen und den nach zu joinen also dann kann man jetzt endlich nicht mehr diese ewige hin und her zwitscherei bis man sich auf glück mal getroffen hat endlich mal nach scheuen das ist doch mal was schönes jahr für die die jetzt gemeinsam betefitios zocken wollen und die nächste funktion ist server favorisieren also wenn ihr keinen bock hat irgendwie mal auf einem ami server oder so zu kommen favorisiert eure deutschen server ab die ihr ingame mit f5 favorisieren könnt könnt ihr danach gleich wieder rein schauen oder so super und dann kommen halt noch zwei schöne neue maps neue waffen aus der späteren version also kleidung und waffen änderungen um das spiel zu starten also da kommen anscheinend auch noch mal änderungen und stabilitätsvereinbarungen ja ich glaube da hat google übersetzer etwas von spanisch falsch übersetzt stabilitätsvereinbarungen was auch immer das also da kann ich jetzt euch keine informationen darüber geben so die nächste abteilung oder das nächste thema ist es ist jetzt offiziell bestätigt dass alle waffen also alle objekte waffen kleidung witches emotion und mission von den späteren versionen also sagen wir jetzt von der aktuellsten version eigentlich damals kommen jetzt alle sachen rein das ist bestätigt dass es möglich ist alle sachen auf unsere veraltete version rein zu bekommen auch die helikopter kommen wieder wenn das nicht was toll es ist ja open beta server vereinigten staaten keine ahnung was da jetzt noch gemeint ist ja an ich glaube das war jetzt nur die überschrift ja da steht ja noch mal die brasilianischen server sind bereits konkurriert und werden heute spiel da sein also die nachricht ist ja auch von heute also den 29 also bedeutet die brasilianischen leute können jetzt auch wieder spielen ja das war es eigentlich schon zu den neuen änderungen die die nix kommen sollen wie ihr bemerkt habt ist es immer noch ein bisschen problematisch spiele zu finden oder so das ist aktuell immer noch normal aber das sollte sich jetzt eigentlich langsam beruhigen vor allem wenn man bedenkt vor konnte man sich überhaupt nicht anmelden das geht ja jetzt auch alles wieder jetzt ist jetzt zeit nur noch die sachen mit dem matchmaking selbst der launcher funktioniert fast jetzt immer einwandfrei matchmaking wird auch noch safe dran bearbeitet beziehungsweise eventuell noch mehr server kommen damit der bedarf der community gedeckt werden kann ja das war's wie gesagt ich hoffe wir sehen uns irgendwann auf den schlachtfeldern ich meine die chance ist jetzt noch ein bisschen gering oder sagen wir mittelmäßig es ist ja immer noch so dass es recht viele server gibt und die server sind massenhaft voll aber wir werden uns bestimmt irgendwann mal auf den schlachtfeldern sehen und ich wünsche euch damit noch einen schönen angenehmen tag und damit tschau tschau